Der Brunnen Ein Mönch wurde gefragt, was für einen Sinn siehst du in deinem Leben der Stille und Meditation? Der Mönch, der mit dem Schöpfen von Wasser aus einem Brunnen beschäftigt war, sprach, schaut in den Brunnen, was seht ihr? Die Leute blickten in den tiefen Brunnen, wir sehen nichts. Kurz darauf forderte der Mönch die Leute erneut auf, schaut in den Brunnen, was seht ihr jetzt? Die Leute blickten wieder hinunter. Ja, jetzt sehen wir uns selber. Der Mönch sprach. Nun, als ich vorhin Wasser schöpfte, war das Wasser unruhig. Jetzt ist das Wasser ruhig. Das ist die Erfahrung der Stille und der Meditation. Man sieht sich selber. Und nun wartet noch eine Weile. Der Mönch sagte erneut, schaut jetzt in den Brunnen. Was seht ihr? Die Menschen schauten hinunter. Nun sehen wir die Steine auf dem Grund des Brunnens. Da erklärte der Mönch. Das ist die Erfahrung der Stille und der Meditation. Wenn man lang genug wartet, sieht man den Grund aller Dinge. Das ist die Erfahrung der Stille. Und jetzt schauen wir uns doch an, Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Nein, ich warte. Vielen Dank.